Haben Sie es geschafft? Bin drin. Verdammt gut, Kleiner. Sie verstehen es nicht. Kurz vor meinem Abgang bei Tacitus habe ich einen Celeriumwurm erstellt, der alles entschlüsseln konnte. Quantenscheiß hält mehr aus. Selbst von mir. Menendez Netzwerk. Alle Länder leiden unter dem neuen Kalten Krieg. Moment. New York? DC, das Pentagon? Shanghai, Peking, Hongkong. Menendez greift Amerika und China an. So sollen beide Supermächte gleichzeitig fallen. Die Daten haben alle das gleiche Präfix. 619. 619. Oh mein Gott. 19. Juni. Das ist... Das ist morgen. 19. Juni. Freiheits-Tag. Die Abschaffung der Sklaverei. Hurensohn. Wo ist Briggs? Admiral, der Angriff ist am 19.06. Morgen. Wir müssen sofort in den Jemen. Nein, Sie müssen dorthin und Menendez zur Befragung internieren. Das ist eine Falle. Sie kontaktieren Farid und die jemenitische Miliz. Wir brauchen Hilfe. Admiral, das ist eine Falle. Menendez hat uns die ganze Zeit getäuscht. Wenn wir in den Jemen gehen, ist das genau, was er will. Bereiten Sie Ihr Team vor. Sie haben zwei Stunden. Interna-Com-Link hergestellt. Verstanden, Harper. Unser Blue Force Tracker funktioniert nicht. Einstufung als Freund nicht möglich. Also egal, was passiert. Wenn die Kugeln fliegen, niemals die Tarnung aufgeben. Einfach cool bleiben. Wir schaffen das gemeinsam. Wir sind fast fertig. Wir sind bereit. Ja. Die Amerikaner kommen, Farid. Es ist ein Verräter in unserer Mitte. Aber wie? Wer? Das ist egal. Ich bin im einen Schritt voraus. Komm, Farid. Es ist Zeit. Er wird uns. Kord ist ihr. Kord ist ihr. Kord ist ihr. Kord ist ihr. Wir sammeln uns bei der Zitadelle. Papa, Menendis ist weg. Er war weg, als die ersten Schüsse fielen. Menendis weiß es. Ich bin sicher. Das kannst du nicht wissen. Ich meine, wenn er es möchte, dann wirst du schon tot. Er will mich bei der Zitadelle treffen. Nicht zu lassen, dass er untertaucht. Die Stadt, du stellst den Kontakt wieder her. Wir geben dich nach Süden durch den Markt. Viel Glück, Farid. Jemenitische Truppen werden einen Schuss um die Stadt errichten. Allerdings, für die jemenitischen Truppen ist du nur ein weiterer Tempo best. Bleibe nur im absoluten Lotfall an. Musik Geh'an! 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 Fahriit, hör gut zu. Bleib stark, mein Freund. Und ich verspreche, dass ich dich da durchbringe, okay? Ja. Ich habe gesagt, es wäre auf dem Weg zur Zitadale. Was ist der schnellste Weg aus der Stadt heraus? Das West-Tor führt zu einem Bergpfad in den Außenbezirken. Geh dorthin, wir treffen uns, wenn unsere Betons im Einsatzgebiet sind. Ist der Alter, wie? Oh, was ist der Alter? Ich habe dich in die Höhe. Oh, was ist der Alter? Oh, was ist der Alter? Oh, was ist der Alter? Was ist der Alter? Scheiße, was ist der Alter? Komm mal an die Tür! Ja. Begegen? Mann, geht nicht? Mann, Mann, Mann! – Gefunden! – Negativ! Verdammt, hier muss durch die jemenitischen Linien geschlüpft sein! – Kommt doch mal an! – Kommt! – Kommt doch mal an! – Kommt doch mal an! – Nein! – Nein! – Unten auf der Stöße bewegt sich was! Oh, oh, oh! Farid! Amerikanisches Blut an deinen Händen, Farid. Natürlich, Menendez. Wir müssen dich in Sicherheit bringen. Zu viele Männer sind tot. Der Sieg bemisst sich nicht in Verlusten, Farid. Farid, bist du noch da? Wir sind getroffen. Wir gehen runter. Er bemisst sich in Erfolg. Verdammt! Oh, Scheiße! Ich... Hierher! Lass mich los! Jemand hat verraten, dass ich hier bin. Wer war es? Du verschwindest deine Zeit! Verdammter! Bastard! Von mir erfährst du einen Scheiß! Komm schon! Mehr hast du nicht drauf! Ha? Farid! Töte ihn! Ja, das ist es! Los, töte mich! Und du, du rückgratlose Stück Scheiße! Andere, die Arbeit machen lassen! Was für ein Mann bist du, ha? Zeig deine Treue, indem du meine Befehle befolgst, Farid. Tu es, Penner! Mach deinen Job! Jetzt, Farid! Tu es, Mann! Komm schon! Hast du nicht die Eier, mich zu erschießen? Für, dass sie dich nicht die Eier hat. Töte mich! Senator! Carl! Töte doch keine Überstung. Ich. Ich. Du hattest keine Wahl. Menendez will zur Zitadelle mit Aussicht über die Stadt. Salazar, Abtransport arrangieren. Harpers Leiche muss zurück zu Obama. Gehen wir. Los. Gehen wir. Salazar auf Primärsat. Mehrere Eagles abgeschossen. Fordere sofort Extraktion bei Landezone Sparrow an. Kraken, brauchen den Downlink-Code zur Kontrolle der Drohnen, um Menendez gefangen nehmen zu können. Codes werden auf ihre Anzeigen gesehen. Drohnen auf neues Ziel eingestellt. Drohnenzielkontrolle. Manuelle Steuerung aktiviert. Radfunksysteme aktiviert. M.O. Aufteilen. Los, nach oben. Los, nach oben. Die Straße ist eine Todeszone. Du nach links. Ich gehe nach rechts. Cracken, wir glauben, dass Menendez zur Zitadelle will. Alle verfügbaren Einheiten zu dieser Position blockade Position zum Auffangen einnehmen. Blockade Position. Brauche Menendez aktuellen Standort. Sir, feindliche Truppen haben eine Verteidigung rund um die Zitadelle errichtet. Die Zielperson scheint in dem abgeschossenen VTOL zu sein. Wir werden von der Minigun stark beschossen. Im Auge behalten, aber nicht angreifen. Wir brauchen ihn lebendig. Klopfen, wir brauchen ihn. Es kommen Core-Drohnen. Wir geben den Core-Drohnen neue Angriffsbefehle. Kraken, ohne die Drohnen haben wir keine Unterstützung beim Vorstoß. Wir stellen ein Eindämmungsteam zusammen. Sie werden sich abseilen und an der Brücke dazustoßen. Verstanden. Section Ende. Eindämmungsteam, seilt sich ab. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Greifen wir in uns. Vitor und Singlen auf Startbefehl warten. Rücken vor. Menendez! Sichert ihn! Danke, David. Streben wir eine neue Welt an.